Hier ist eine Backstube, da gibt es einfach viele Gebäcke verschiedener. Du kannst dir selber deine Sandwiches belegen lassen, was der Mann da gerade macht. Das finde ich auch total cool. Da kann man sich dann selber quasi aussuchen, was man drauf haben möchte. Und er belegt das dann. Das ist alles total individuell dann. Vielen Dank.